Putin hält sich die Kandidatur für eine weitere Amtszeit als russischer Staatspräsident offen. Das ließ er während seiner jährlichen Pressekonferenz am Donnerstag in Moskau durchblicken. Ich habe noch nicht entschieden, ob ich 2024 antreten werde. Die stabile Entwicklung des Landes ist einiges wert. Formell habe ich die Zustimmung des Volkes. Ich werde sehen, ob ich antrete oder nicht. Zuletzt hatte es Gerüchte um einen gesundheitsbedingten Rücktritt Putins gegeben. Die Fragen der Journalisten dreht sich hauptsächlich um die Corona-Pandemie. Putin sagte, Russland habe die Herausforderung besser gemeistert als andere Länder. Er selbst sei noch nicht geimpft.